Oben blinkt einer, Verdun heißt der. Brauch meine Hilfe. Verdun! Wie sagte Pitti immer so, das ist Selbstmedizin. Wie sagte Pitti immer, ach, das ist Selbstmedizin. Oh, das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht. Ich bin so schlecht heute. Scheiße, das ist ein Scharfschützer. Ups, Kampfmesser, nein. Ist ja von hinten in meinen Rücken, ist er mir gekommen. Pitti, tu dich wieder bei mir einsteigen, bitte. Ich komme, ich komme noch zwei Sekunden. Und ich komme. Oh ja, ist das schön. Ja. Hauptsache der Pitti kommt. Ja, hab ich den schön markiert, ne? Sehr schön. Da schießt einer oben. Pitti, Pitti, was ist los? Pitti, Pitti, Medizin. Pitti, Medizin, komm. Ich weiß doch nicht, wer da gerade ist. Wir haben auf jeden Fall markiert. Die werden abgeschossen. Pitti, komm her, komm, hier ist auch noch Medizin. Komm, zack. Jaaa. Ist da noch jemand da hinten? Hör auf! Ah, da ist wieder einer. Sturm, ich habe markiert. Ich sehe nichts. Ah, da kommt einer! Scheiße. Ja, ja, mein Messer war ganz heiß. Heiß. Heiß gelaufen. Heiß, hier. Wo liegt die Medizin rum? Hier. Ah, ne, das ist nur Munition, verdammt. Pity, wenn ich jetzt nachlade, kommt der Gegner und knallt mich ab. Das lasse ich mal lieber. Das ist so oft schon passiert. Tu es noch nicht. Kugel, Achtung, ich habe Kugel geworfen. Lass den Pity in Ruhe, sonst gibt es Stress. Pity for President. Pity ist der beste Mann on the world. Hier, bitteschön. Ja, Medizin. Ja, Medizin. Ach, das tut so gut. Ja. Diese zärtlichen Hände. Ja. Er ist ja als Wixen, gell. Da kommt man. Von wo kommt's? Links. Oh, 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 oh Ja. Ich bin bei Side. Ich habe Side jetzt gerade überholt. Achso, das ist ja gar keine Formel 1. Bei A blinkt es, bei A. Ich sehe mich schon wieder sterben. Ja. Nee, Pity, ich habe dich gleich mit meinen Kills eingeholt, gell? Ja, das ist ja das Schlimme. Sei so gut, ne? Das wollte ich nur mal sagen. Ich anhebe. Schön seid. Nee, Pity ist gut. Pity ist eine Legende. Unter den Noobs vielleicht. Aber ich gebe mein Bestes. Bitte bedenken Sie mein Alter. Ja. Also wenn ich mal 50 bin, boah. Ey, ich bin jetzt 43 geworden. Na ja, gut, nur 7 Jahre, dann hast du es geschafft. Dann krieg ich eine Medaille, jetzt ist mein Alter. Dann gibt es jeden Tag Schlager-Sender, ist das nicht schön? Hört sich doch gut an. Ja, die machen mal platt. Die Gurken, die haben überhaupt nichts drauf. Die sind so schlecht, ey. Die anderen. An Granate. Pity, du bist schon wieder am Ausdrein. Ich sehe dich. Nee, ich bin draußen. Draußen, dann ist es... Nee, dann ist es Sturm. Ach, scheiße. Sturm, du brauchst, glaube ich, meine Hilfe. Auch ich. Nee, Pity ist draußen. Doch, der, der, ja. Oh, mir habt ihr Gister. Sieht schon wieder so schlecht aus. Au, 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 au. Was ist los? Was geht ab? Au, 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 Scharfschütze. Iiiii. Scharfschütze ist nicht gut. Sie sind ganz fies. Oh, da ist ein Scharfschütze. Da ist ein Scharfschütze. Der hat sich... Überlege mal. Der ist... Der ist oben auf dem Baum. Wie geht denn das? Der ist oben auf dem Baum. Ja, da wo diese Hügel sind. Da ist ein Baum. Der ist hochgeklettert. Die Sau. Und schon. Einer habe ich. Die sind wieder da oben, ne? Auf dem Hügel, die Säcke. Hier, irgendwo ist... Aaaaaah. Das gibt es doch nicht. Ups. Die Handgranate hat mich fast erwischt. Komm, einer runter. Ist so, ich gehe mal zum Ziel rein. Du brauchst eine medizinische Hilfe. Nee, ich sehe gerade... Da sind so viele Sniper hier. Aaaaaah. Ja, da hinten, ne? Die kommt zu mir. Moment. Moment. Hier laufen so viele Punkte rum. Ah, verdammt. Oh, ich muss mal Munition nachladen. Ups, was war das denn? Nein, es wurde gemessen. Ja, den hole ich jetzt mit dem Messer. Der hat dich umgebracht. Der hat dich umbringt. Den hole ich persönlich. Wenn ich die Albaner hole, das ist mir auch egal. Gib ihm deine heiße Klinge. Ah, jetzt bin ich tot. Nein, Zeit. Warum? Keine Ahnung. Alles gibt es nicht. Lauf, lauf, lauf. Tee. Na, Sidi, schmeiß mal eine Kugel. Sidi, komm mit mir. Wie du willst. Oh, das war knapp. Wir lassen jetzt mal Pity alleine sterben. Ja, und schon ist es passiert. Ja. Ja, schon erwischt mich eine Handgranate. Du hast gerade gesagt. Oh, da ist ein Schafschütze. Oben auf dem Dach auch. Ja, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Holst du ihn? Versuret. Du brauchst mir die sämische Hilfe. Oder der Kollege? Ja, denn oben auf dem Dach, den habe ich.